Iran. Menschen, Kultur, Ideologie. Vortrag von Helmut Gabel an der Volkshochschule Wolfenbüttel anlässlich der Ausstellungseröffnung Irans Herz schlägt Menschenrechtsverteidigerinnen im Iran. Irene Albrecht, Leiterin der Amnesty-Gruppe in Wolfenbüttel, eröffnete die Ausstellung und betonte die Bedeutung der Menschenrechtsarbeit in Bezug auf Iran. Nachdem die Gäste noch eine Weile durch die Ausstellung gehen konnten, begann Helmut Gabel seine Ausführungen über Menschen, Kultur und Ideologie im Iran. Gleich zu Beginn ging er auf Irans lange Geschichte des Kampfes für mehr Selbstbestimmung ein. Er erwähnte die fortgesetzten Versuche fundamentalistischer religiöser Kräfte, einen religiösen Staat zu errichten und wie säkulare Kräfte die Gegenbewegung hin zu mehr Demokratie und Selbstbestimmung im Iran beschritten. Er streifte die konstitutionelle Revolution und die Bemühungen des geistlichen Fazlullah Nouri zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Er erwähnte Ayatollah Kaschanis Beitrag zum Fall des Premierministers Mohammed Mossader in 50er Jahren und wie ein Schüler Kaschanis, Ayatollah Khomeini, schließt sich 1979 das ersehnte Ziel eines religiösen Staates im Namen des Islams errichten konnte. Khomeini pflanzte dem Land ein Herrschaftssystem auf, das die wenigsten in seinen bitteren Konsequenzen absehen konnten. Veloyatefari oder die Herrschaft des obersten Rechtsgelehrten wurde der Boden für alles, was im Iran mit Gewalt gelöst wurde. Zunächst hatte sich Khomeini aus Legitimationsgründen potenzieller Gegner aus dem Lager islamischer Würdenträger entledigt, um dann mithilfe fundamentalistischer Revolutionäre alle politischen Gruppierungen, die sich nicht seinem Willen unterordneten, aus dem Weg zu räumen. Gabel ging dann noch auf die Rollen und den Einfluss der Brüder Larijani und von Mehdi Toeb ein. Toeb ist ein enger vertrauter Khomeinis und Kopf der Organisation Amaryun, die zur Abwehr der sogenannten sanften Kriegsführung gegen Iran installiert wurde, über sehr viel Macht und freie Hand verfügt und ideologisch von einem Mann mit Endzeitvisionen, der im Schatten Khomeinis blieb, beeinflusst ist, Ahmad Fadid. Schließlich ging der Vortragende auf Gründe und Methoden für die Verfolgung religiöser Minderheiten wie Bahai, Sunniten, Christen und Dervische oder Mystiker ein. Einige Beispiele zu den Verleumdungskampagnen und den brutalen Angriffen gegen diese Menschen erhellten die Zusammenhänge. Diese Kampagnen werden auch noch unter Präsident Rouhani von verschiedenen Seiten weiter betrieben. Zum Schluss deutete Helmut Gabel an, wie die Zivilgesellschaft im Iran unterstützt werden kann, indem der Westen konstant auf die Menschenrechtsverletzungen durch das Regime und seine Schläger-Trupps hinweist und Nachrichten darüber veröffentlicht.